Rund um die Maskenpflicht, da gibt es ja jetzt auch die Diskussion, viele Österreicher sagen, sie sind müde, möchten die Maske nicht mehr tragen, andere fühlen sich wohler damit. Was wäre hier die beste Vorgangsweise? Ja, wenn sich Menschen wohler mit der Maske fühlen, dann können sich ja Menschen die Maske auch aufsetzen. Ich habe das schon länger gesagt, ich glaube es ist jetzt definitiv jetzt auch im Sommer der Zeitpunkt, wo man das einmal alles sein lässt. Wenn Sie durch Europa reisen, sehen Sie, dass wir da mittlerweile wirklich völlig allein dastehen und das versteht ja auch niemand. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt wieder Freunde am Abend auch einmal in einer Bar treffen kann und dann ist man nah beieinander, unterhält sich bei lauter Musik, aber im Supermarkt muss ich die Maske tragen. Das versteht kein Mensch.